ok das nächste spiel mini und zwar ein hack von der 3d brothers of world runner ich weiß nicht was da jetzt anders ist ich probiere einfach mal es war ja das allererste spiel mini was ich hatte wollen wir sehen was hier anders ist bisher irgendwie nicht sehr viel anscheinend neue gegner oder so die waren doch schon vorher ein spiel gestorben die super nicht dass das spiel überhaupt schwerer geworden ist das wäre ziemlich scheiße nachher der ps bringt ja naja irgendwas war es doch das sind glaube ich war doch irgendwie dass das etwas bringt ich weiß dass ich jetzt schon wieder gestorben denn das spiel ist einfach zu schwer ich weiß gar nicht was das bringt diese flasche aber kann nur was gutes sein naja die musik ist schon warum irgendwie aus dem ist das spiel nicht gerade gut vor allem weil es so schwer ist das war knapp das war knapp die nahtlosen übergänge von den welten gefallen wurden von den däffen gefallen mir dieses sicher ja es kommt diese stern ja auch noch zum glück zum glück kann man abbremsen stellen schön einsammeln das wäre ein bonusraum gewesen aber egal welt 13 es kommt wieder diese rohre habe ich kann es von denen erwischt egal jetzt voll sondern was das starte schon so nerven ein bisschen wo was ich ist daran wird schon den hack verstehe ich nicht verstehe ich gar nicht ehrlich gesagt wirklich gar nicht habe ich mir schon mal viel weiter gekommen als beim ersten meist das gespielt habe das spiel und verliere ich kontinuierlich leben oder was super ich bin tot na gut pause machen wir was anderes bis gleich